Was geht, Leute? Nicht ernsthaft, gell? Ernsthaft? Exclusive-Content bei Rocco auf jeden Fall. Ich hab vergessen, aufzunehmen, aber hier sind wir nochmal. Scheiße. Was ist jetzt mit den geilen Stimmen gewesen? Ja, die sind bei dir. Ja, wenn du willst, kannst du jetzt auch abbrechen, weil wie lang geht der... Na, da spreche ich nicht nochmal einen, Alter, meine Stimme ist tot. Der Vorher hat uns durchgebieten, dann hätte ich das gesagt. Ja, weil die Aufnahme klicken, jetzt ist der einfach hochgeladen. Aber zweimal mal. Sie werden bezahlt, für wen halten Sie sich denn, dass ich mir den Boden unter die Füßen vorteilst kann, in meiner eigenen Heimatstadt. Man muss aber bedenken, wir haben jetzt keine Kampfsszenen gehabt, ne? Zehn genug und hat einfach nur leer. Also, es ist wahr, du bist jetzt einfach nur Text. Ähm, die Folge ist ein bisschen lang. Guck das bei mir nach. Guck das bei Rocco nach. Guck das bei Rocco nach. Die Stimme und die Momente waren nicht schlecht. Yamiko. Warte, warte, noch nicht! Yamiko. Ja! Ich wollte mal wieder Japanisch oder lernen. Es ist ja, ich hab die Behörden geladen. Yamiko. Das ist ja geil. Oder auf Portugiesisch. Oh, Bacca. Warte, du kennst doch Uwu, gell? Uwuuu? Warte mal, ich probier's mal. Uwuuu auf undonesisch. Und. Uwuuu. Äh, Hayo wird gerecht werden. Sie alle werden gerecht werden. Oh, Hayo, und ich kann. Das hat mich so verwirrt. Auch vorhin das mit, äh, es schien oder sowas. Und es ist ja alles her sein. Uwuuu. 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 Naja, da hast du gehört. Naja, ja, 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 ist es wahrscheinlich. Hier kommt man sich auch irgendwie wieder ins Wasser reinbacken. Versuchs aber nicht vor und nicht da sagen. War doch klar, wenn irgendwas mit Wasser sagt, sag ich ja dann rein springen, wie so ein Idiot. Kann man sich einfach noch unten tippen? Äh, nein, 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 funktioniert ja auch nicht. also Kanzler hat er lassen werden lassen Kieper war das Ziel ist machen ich habe studiert ja wir gehen erst an die Mittelmarkten Poker-Honter da und den Weißen ich nicht mehr mit was zur Hölle warum warst du mich nicht Vorsorge ich weiß nicht mehr wann die kommen ich weiß dass es die Spitter in dieser Mission gibt aber ich wusste nicht dass sie hier schon sind ich glaube ich so wie süß so ein Glühwürmchen ich laufe dahin verfolge mich und dann sterbe ich einfach ja ja wenn du da reinläufst dann fängt dich das an zu verfolgen du kannst da weglaufen ja ach so wo er ist für er der Stöte explodiert hat wie eine Zeitbombe sieben bei der Kukir jetzt lauf mal weg kraft okay okay jetzt bin ich einmal herrn wir werden schon ein bisschen unterhalten wo die Städte erweiter Alter die Füße bei mir bei mich das Clips nachsoir jetzt geht es so da hin da auch der Meinung nicht in das Ding auch kann ich davon wegwenden ja ja ich habe eine idee meisten sind bedingst in die fresse rein mann macht das tod leute zu töten kann man das hier ja ich spreche absichtlich so eine gute idee da kommt 21 ja lass mich jetzt nicht mal machen ich hab dann gehört ja aber ja aber lass mich es machen lasst es mich einfach machen und ich wollte beim buch und links zurückhaben ne 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 brauchst du nicht haben warum nicht um witzend haben taktik aber einfach hingelaufen er ist sehr cool aus warte lass mich das machen als sechs jahre mal einer furt alles gut hat nur geduldet ach so ja ach so muss er sagen weil ich habe mich jetzt sehen dass theoretisch könnten wir auch einfach so versuchen es zu vermeiden aber wenn es halt passiert ne will ich eigentlich nicht das ist dann lange nehmen wir machen ohne also wir kriegen es am Ende ja eh nicht hin so aber so wie wie ging es am Ende ja wir haben irgendwie in drei bis zu nicht hinbekommen aber wir machen einfach so ein Tag so lange sie nicht töten wenn wir uns entdecken oder aber ja nicht töten wenn sie ist mein Weg nicht so gut habe ich das Gefühl wir sind schon wieder tot ja wie gesagt mein Weg ist nicht gut ich schalte mich für den anderen die macht sie erstmal hier durch die mitte lang ich will die doch alle killen ich werde kann ich jetzt sofort zur bohung schützen na lass ja lass mich mal das nicht mal das sind damit erklären ok na 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 das sind damit erklären wir spieler erst mal den ausland den ausländer die schaden hey ich bin selber ausländer ich mag sie einfach nur nicht das ist wie in jeder was hier ist gar kein schatten da ist doch eindeutig schatten abgebildet doch da hinter den Schatten ach so ja da kannst du auch hinter den ja warum ich weiß wie weiß ja die haben mich gesehen ach so da war es wahrscheinlich in einem auflösenden Teil ja ok dann lass mich gleich nochmal kurz testen ob das nicht verwacht war ich geh mal hier lang erstmal was auch genau dann dann mach ich das hier mal krass so ja ich glaube ich hab die richtig getriggert hatte deine schiene hängen gesetzt ohne aufzusehen ja ja krass gell ja oder eine typik noch ach so da war der typ warte nicht da ich hatte ja war so knapp davor und jetzt instacke guck das neue jetzt habe ich aber shizui ich nenne es jetzt einfach shizui ok shizui oder shia ja aber ich nenne es jetzt einfach shizui ne schneiden äh schienen heißt es ich nenne es jetzt einfach shizui ein 6 was nicht die Gedanke haben sie nicht die Mönchese Decken ist so körperlich denn die Dinge da und ist vorbei das ist der neue deal das ist doch die ganze Zeit schon so jaja das ist der neue deal hi ich bin ich lieber um den da nein hoch ja wo ist ein Grüner ja die Geil so war es so welche Situation sonst anders vielleicht ein aber wenn ihr das halt da auch auf irgendwelche Punkte zu geworfen deswegen sind die ganze Zeit nein 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 ich bin ja ich wollte dass sie das zusammen schaffen wie will ich auch so dumm dass ich mein Sammer aufladen will ja ich steig kann man nicht reingeben ja 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 ich habe ja auch schon versucht ja ich weiß wir spielen gerade nicht ernst wir lassen den typen auch mal eine chance so lass mich da an Shizui setzen ok lass mich da an Shizui setzen ok lass mich ja in der Mitte wieder an Shizui setzen na mach du da ich geh hier ein bisschen mittlerische rein da hat nicht so gut bei mir funktioniert so dann gibt es den hier ja ich hätte sie sagen sollen hm den Bogen schützen ja das werden die gelbsten und nicht dann klingeln dass sie dann rot werden das ist ich hätte sie sagen ne der Rot oder das Rot das ist kein Rot ich denke die ganze Zeit dieser Dreck schreien ist ein Ausrufungszeichen Ausrufe ja wenn du es so gut ja warum sagst du eigentlich das Ausrufungszeichen ja ich habe das Gefühl mir wurde es so beigewacht das ist das letzte Satz sich am Anfang war ich auch hä ich weiß dass dass die meisten dazu auch so bezeichnen sagen das wird auch so geschrieben aber ich weiß nicht ich sag es Ungarn 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 genau äh Bogenschütze mag mich nicht ich hatte ich bedeckt hä weißt du überhaupt was ein Bogenschütze ist ja ja ich wieder hoch ah ne Planken ach ah Planken genau ja ich wollte gucken ob du mir sagen würdest Toddinger was Bogenschützer da hat dein Mund der ist schon häufig geschossen und so hi ich bin so ein alles gut alles gut alles gut hier unten im Haus ist so ein Ding wenn da kann man hier oben rein guck mal nach ja ich bin so klug ja hier ist noch nicht das schon gesagt als Texte und du musst die Google dazu stören warte mal was nee nee warte mal oh wie geil was sind mh ich habe mir erst mal nee das erscheint dass er sagt zeitige Unsichtbarkeit ah kage aber kage mal direkt darauf zu bezahlen und sind wenn ich weiß aber ein Buch auf 2 das ist genug wieso ich sage es noch nicht ganz allein ich habe eine gute Idee nein bleib bleib nein nein oh mein Gott dabei hätten sie mich einer ich habe keinen Scheiße okay gut dass das jetzt kein Problem hier ist nicht noch mal die Staten mach nix ja ja aber es ist gut hier vorne ist direkt im Chat voll ja ja denke ich scheiße warte mal ah ja es gibt so Idioten die denken die denken du jetzt ist es angespielt los es gibt so Idioten ey ist sein Loch in meinem Rucksack? wo ist das Loch drin im Cape? wo denn ganz unten? äh ne nicht ganz unten äh ne äh ne zwischen den zwei Balken links zwischen den zwei Balken also Balken aber also er hat da Punkte ah ja 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 das sehe ich eine Sammlung und da ah du hast echt recht ja 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 äh Jamico wie weit bis zu der nächsten Tag man äh dann ist hier ein zweier Team warte 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 ich heiße ich meine besiegt äh hier drin ist einer ah das geht nicht als 6 das geht doch was hast du gemacht? die habe ich vor die TP hab eh gedrückt und hat die einfach weg gesagt wenn die tröten wollten und mich killen wollten oh im Schatten ist man safe vor der Mine hab nicht angenommen da vorne mach weg der da der da der da ja Kirlin ich habe keine Schatten Energie oh scheiße ne was denn hm mhm Banmoco hier drin ist einer komm mit v ach c man ja hast du alle entfernt wofürst du dass die eine ist? äh weil ich ziel gedrückt habe komm her joh was entfernt ob ich was entfernt habe ja alle Leichen warte mal kurz so jaja hallo weg uh ha 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 ich habe keine Schatten Energie mehr das wird nichts Oh er wollte schon fast Tötere machen Benjamin Benjamin Blümchen Kennst du das wenn der Holländer von Mr. Krabs weil ich das so genial im Joke ist, Digga dass der Sprecher von Benjamin Blümchen ist Köln ist der Köln es ist nicht gewusst es ist der Sprecher und das macht den Joke so genial oder drüben Bogenschützer hat er könnte der Naja aber ich hab den Köln Soto Koiwitz Schatten angezeigt als Text hier war er angezeigt ist bei mir ja ach so ich muss nie dann aber das Licht rechts wir alle wieder kennen hier war wieder das zweiteam zeigte wie kommt einer dann kommt ihr das zweierteam das zweiteam hier erlauben ja da fehlt noch einer ja ne 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 hier sind zwei das sind zwei das sind zwei das sind zwei ach so geh weg ja alles gut ha nichts gut ja kann ich hi na was geht ha ja weil die gehört haben dass du den eingekillt hast dann sind die da um die Ecke gelaufen die überhaupt nicht doch die Sitzleiter Geld hei aber lass gut sein lass gut sein okay wir machen so jetzt spricht die Ecke lassen die Leben hast du geblieben nein nein doch die waren aber deswegen Geld vorhin ja ich habe meine Leiter vielleicht da liegen lassen so die so krass um die Ecke gucken wir in die Wichser ja die sind Cheater auf den musst du aufpassen und auf den Bogenschützer hier genau rechts am Dach da den und den die drei musst du aufpassen es existiert zwar noch einer aber da guckt nicht über die wichtige Sachen äh ich bin gleich doch glaube ich ne doch nicht alles Licht und Schatten sind oh bin ich ein Idiot oh mein Gott ich bin so dumm wir haben Kreis gelaufen krass iku ey das ist ein Witz wollte gerade sagen wollte mich schon beschweren da ich nicht immer bei dir bin leider war das hat bei dir verzichtet dass das gesehen hat obwohl äh ich mache ich mache gleich weg ich kann sich nicht ich habe ich habe ihn doch gewinnt es wird sein ich bin ich kann ich hatte machen da wird das so gut so greifen hat hat um annehmen wir haben hier die Bogenschützen sind echte Wichser soll ich mich sofort um die Kümmern ne 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 ich komme da nicht hoch ich glaube man muss das eine 4 ok bei er ist bei Bogenschützen nicht verlegen du kannst aber vor den stehen und die wir schießen trotzdem nicht ja ja ich weiß mit seltensten Fällen was oh mein Gott warum kann man hier nicht bringen oh das hat gerade aufgesetzt premium premium vor allem gucke ich jetzt hier Schattenenergie her auf dem Dach hast du den Job verstanden premium habe ich gehört warte ich habe keine ja scheiße 1 1 2 willst du rechts machen ja ja ok dann gehe ich nach links und schalte die Bogenschütze aus da 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 nerven uns die ganze Zeit nicht muss denn ein Kind und dann sind wir noch zwei drei sogar noch nicht Prozent ich glaube die gehen wieder nicht ja ok ich weiß jetzt wie Prozent ja ja klar wie lange geht deine Aufnahme schon 18 Minuten oha A das ist bei mir sind die schon mal in einem Stunde wenn geht's Level noch mit am Anfang eh noch er darf zweifahrts glaube ich machen wir einfach Dings in der Zeitung mehr dreiß Minuten ja mach du durch soll ich einen Stamm einfach gleichzeitig ja ok ne das ergibt ein Auffassung da ist einer hier 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 ich kann ich aus irgendeinem Grund nicht markieren oh ich bin so ein Idiot ne ich kümmere mich gleich um die wichtigen ja doch wie das hat mein Paar mein Paar da war zehn Minuten länger ich bin ein bisschen gay gay shit wenn wir wir getrennt weißt du ich glaube hier war eine Kugel drin genau äh ich äh ich erahne das du hast durch die Wand gesehen kurz ich glaube da war eine Aufnahme nicht drauf naja was ist das für ein PvP Typ was hat er gemacht man der der hab ich zwei Sekunden gesehen der hat mich einfach weggestoßen und dann hehehe da ist eigentlich krasser Typ ok ok diesmal Konzentration locker Konzentration das hat mich immer interessiert oder? ja ah tatsächlich von was von das sei ich gerade entdeckt ähm von so einem Typen der mit ne ich vorgekehrt sogar Typ der Haar übelst hat die vp Typ da ist studiert wie man gegen mich gewinnen kann so ein Ding war ein Akademiker ja aber so next level weißt du halt denn die Fresse was denn oh ich hab ne gute Idee da ist ein Boden eine Frage eine oh Eisex warte ich helf dir mal kurz ja der der Bogentyp hat mich gesehen aber hab ein Moko gemacht nein nein ja nicht guck er ist nur gelb ja ich weiß alles gut alles gut Digger hab dich gesaved hm ich hab die Kugel vergessen alles gut nicht ne bei dir hab ich auch eine drüben ja ja hab ich auf jeden Fall das sind zwei stück pass auf der eine na ist gut ähm oh der Drache snackt ihn einfach was von Oma also das erzählt dass man in einem Video gesehen hat er ist irgendwie so irgendwas mit Blutspuren und so was gibt dass sie das entdecken können nein hab ich nicht ich glaube die entdecken auch Blutspuren aber dann werden sie nur gelb das hab ich gesagt ich hab nichts von Video gesagt hey ich wollte doch so tun dass du das Spiel nicht kennst ach so also du kennst es ja auch nicht tue ich auch nicht tue ich auch nicht was überhaupt wirst du jetzt schon wieder bitte nicht das mag wir können ja die Bogenschützen gleichzeitig aber warte welchen äh ich mach den hinteren also den warte ich muss erstmal zu dir kommen du bist bei mir äh ne ach du mal zieh auf dem Dach und so gell ja ja vielleicht die Bogenschütze denn sonst mal wird er ja 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 ich bin schon da alles gut komme gleich hoch vater warte 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 ich komme ich hab's gleich jetzt der eine Typ nur kommt gegen den könnten wir nicht verdient Digger es ist einer alter faste verfeilter hacker so jetzt mal mit linke glöckchen durchführen würde ich sagen ich bin durch an moko ich würde durch ja ja geht zum nächsten check point ich bin dann nicht durch die wand gestorben ist eine leiche ja jetzt geht euch die jetzt geht durch zum nächsten check point also wo du denkst wer der nächste dann ich drücke einfach 10 wohnen darfst du schluss mal hast du es vorhin hier eingesammelt okay ja euch ausgeführt und das sind jetzt Prozent zählen das steht da hinten muss ich hin ja da hat sie das ist nicht ist nicht warum kann ich mich dahin tp ich glaube dir geht heute nicht so gut oder warum kann ich mich dahin natürlich hat sich zu schatten dp ja dann kann ich ja runterfallen so eine kinderabsicherung wäre mir lieber nein 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 meine fresse bist du schlecht ja wer wird denn äh äh ausgeführt zu wasser spritten du offensichtlich Lenny Lenny ja stimmt Junge er ist bei diesen Parkour dingern gestorben sie schafft man sowas weißt du was ich meine ja hi naja nasseltyp im Haus schon warte und so war das gut Prozent ja wer den Typen da hinten gibt es noch dann den den ich mach mal kurz sehen hier ja den meisten da habe ich aber schon tatsächlich so dumm bei mir zu scanbar ich bin nur so selten und bin eh dumm wie scheiße bin ja von hier lang gegangen nochmal warum man ist gestorben weil er typen hacker ist bei mir kam schon die animation für den drachen und so auf einmal weiß wie es aussieht er soll sich ben lexer der boden stimmt das ist er hat wir wollen wenn du leute mit dem staub unsichtbar macht also ja ich weiß was du meinst ich weiß was du meinst er dass sie nicht sehen können aber die in der ausrufungszeichen er über den Kopf haben in der selben dann mehr und wieder schneller ja also sind sie kürzer bildet benutzt die selten ist ein bisschen langweilig das ganze dieses ding benutzt kürzer kürzer ich finde gerade ich hätte mal kurz war dann ich hätte mal die kraft wurde ja kein den bogen buz hat ihn ein ok geht das mein job wer das mal sehen nene selbst besetzt mein job auf warte ich muss noch ein kürzer uhr war ich muss hier kurz noch ein kürzer alles gut der ist wieder weiß so gerne ich kenne den top 10 die münge und der körper ab und dann ok das tut so gut es tut so frei äh bringen wir mal den herbert herbei na bein ja der andere fuck it kunai flieg was ein hacker wie tut das aus ja bei der Sorge du bist aus meiner Sicht gesehen wir haben mich so wegsnipe Digger macht was weiter zu Ende nämlich so wegsnipe und einfach mit dem Gesicht Barmleger am Röntzen hier nicht zuerst äh den hab ich ja nicht gesehen obwohl ich beim Moko eingesetzt habe auf Stufe 2 jetzt nie wieder mehr ein die Scheiße wo die mir noch ein hier Kurs zu haben wollte ich ja egal in letzter Zeit benutzen vielleicht wollte ich mal da oben war es auch noch nicht da oben habe ich einen Bogen zu gekillt ne hier oben hier habe ich auch einen Typen gekillt also also ne beim anderen Haus glaube ich ne hier ist keiner oder der Typ und auch doch ja doch ich kann eigentlich bin irgendwie random durchglauben aber alles gesehen was ich gesehen habe alter du bist gar geglitten geglitten da hinten 78 Meter ist das schaffst du ok ne ich glaube jetzt keine mehr hallo youtube hast du aufnahme beendet nope jetzt kommt ein Minibus 2 ach so das war das Kapitel glaube ich ja das war das Kapitel ach so ja äh ich dachte es ist nichts der da mit drin äh ja tschüss tschüss treize minuten part bei mir ja